ARD Text im Auftrag von Funk Hallöchen! Oh, hi! Du bist PJ, oder? Ganz genau. Und wie gefällt dir South High? Oh, alle hier sind sehr nett. Und manche sind netter als andere. Das ist... nett. Äh, das ist jetzt vielleicht etwas zu direkt, aber ich finde dich sehr anziehend. Und ich finde, du stehst gerade sehr nah. Hier ist meine Nummer. Ich hoffe, du rufst an. Hast du nicht schon einen Freund? Nein. Aber ich hoffe, das ändert sich. Ciao. Ciao? Oh nein, sie hat schon einen Kosenamen für mich. Hey, weißt du, wie die in Venezuela zu Bananen sagen? Bananas. Weißt du, wie Mädchen aus Venezuela den Kerl nennen, den sie hinterm Rücken seines besten Freundes treffen wollen? Ciao. Warte, was? Nina hat heute in der Schule mit mir geflirtet. Nein, hat sie nicht. Doch, hat sie. Vielleicht hast du sie nicht verstanden. Unsere Sprache verstehe ich ganz gut. Ich spreche sie seit ich sieben bin. Ich glaube, das bildest du dir ein. Alter, sie sagte, ich finde dich sehr anziehend. Ich spreche zwar kein Spanisch, aber das war eine Anmache. Die Antwort war, mach was du willst. Okay, da ist sie. Jetzt werde ich dir beweisen, dass sie auf mich steht und nicht auf dich. Ja. Okay. Bye. Hi. 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 Du bist jetzt unentschieden. Okay. Ich weiß, wir haben beide wahnsinnig viel zu bieten. Aber du musst dich für einen von uns entscheiden. Oh, ich nehme PJ. Okay, versuchen wir es nochmal. Und vergiss nicht, es gibt nur eine richtige Antwort. Oh, ich nehme trotzdem PJ. Tut mir leid. Daraus wird nichts. Das tu ich ihr mit nicht an. Mein Kumpel geht vor. Danke, Mann. Würdest du doch auch für mich tun. Aber klar doch. Moment mal. Ich weiß schon, was hier los ist. Ihr denkt, ich bin Nina. Bist du nicht? No. Ich bin Tina. Das ist Nina. Zwillinge. Was tun wir da? Was tun wir da?